So meine lieben Freunde, ich habe ja versprochen, dass ich die Qualität aufbessern werde und das habe ich jetzt getan. Hallo. Und wir schießen gleich mal. Gut, wollen wir nochmal gucken, ob hier irgendjemand ankommt. Da ist er. Nett. Das war's. Guck mal, hier oben ist eine Kamera, das weiß ich noch. Die schalten wir auch erstmal aus, bevor wir da hingehen. Jo, das hat er nicht geschafft. Auch wenn wir ein bisschen daneben geballert haben, nicht wahr? Egal. Da hat schon erstmal hier rüber. Es sieht aus, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist einer der drei missbüllen Barrels von Ambrosia. Wir werden ein Team senden, um es zu retten. Schauen Sie, ob du die anderen zwei findest. Läuft denn ja nicht mehr. So. Können wir mal gebrauchen. Hier. Hm. Multitool. Wieso ist denn die Tür kaputt? Und es gab nie eine Tür. Okay, auch gut. So. Was ist hier noch? Nix. Gut. Und hier? Hm. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Und gucken mal in diese Tür rein. Hallo? Ist hier jemand? Nein, auch keiner. Ö. Hier haben wir auch nochmal Zeug. Jo, können wir auch immer gebrauchen. Dankeschön. Gibt es an diesem Rechner irgendwas zu tun, außer E-Mails zu lesen? Entschuldigung. Ich glaube, da kommt jemand. Äh, nö. Okay, gut. Da ist irgendjemand. Ich habe ihn gehört. Ah, es muss über mir sein. Hm. Ja, dann holen wir uns den doch, oder? Ja, ja, ja. Jo, ich habe eine ganze Weile nicht aufgenommen, weil ich wollte unbedingt die Qualität aufbessern. Und es hat endlich geklappt. Ich hoffe, dass es auch bei YouTube so ankommt, wie es bei mir hier ankommt. Jo, klar. Ne, da finde ich garantiert einen Schlüssel. Hätte ich vielleicht schon finden können, wenn ich die Leute mal durchsuchen hätte. Hier. Hier. Nur Munition. Hier läuft einer durch die Gegend. Das ist doch gehört. Hallo? Hm. Bist hier? Auch verschlossen. Ich habe garantiert keinen Schlüssel. Nö. Schön. Hm. Ach, blöd. Hier ist einer von denen da unten. Aber ich will der erste Ding da oben ausmachen. Wow. Weg, 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 weg. Okay, Tür kann zu. Tür kann auch zu. Und du drehst dich jetzt mal auf die andere Seite. Und los geht's. Einen Browser haben wir hier schon gefunden. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Keine Ahnung. Ich glaube, eins fehlt noch. Dann haben wir die gestohlenen Dinger wieder alle retrieved. Und können es ordnungsgemäß verteilen lassen. Gut, hier gibt es mal wieder gar nichts. Oder hier. Männerklo. Ist ja einer am Kacken. Jo. So. Äh. Das sind die Pissbecken, Kumpel. Du hast das verwechselt, ne? Ist dir klar. Dafür wirst du umgemässert. Und da haben wir einen Schlüssel. 1A. So. Gut. Wo sind wir hier? Genau. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, wie viel besser die Qualität auch bei mir ist. Ja. Das ist... Äh. Bewegt die Kamera sich? Ich glaube nicht, ne? Doch, die bewegt sich. Hm. Ich glaube, der Sicherungscomputer ist hier. Und laufen wir mal rum. Und geschafft. Ich will ihn erst ausschalten, dann hole ich hier den Rest. Oh, okay. Das ist der falsche Weg. Da muss ich später hin. Scheiße. Ich dachte, das wäre hier. Jo, dann dreh dich mal jetzt, du hästliche Dreckscommerer. Komm schon, komm schon. Ich will kein Alarm jetzt. Und weg. Ne, das gefällt mir nicht so richtig. Äh, ne. Hier ist es nicht. Äh, 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 äh. Muss das nicht jetzt Computer da hinten sein. Ach, scheiß drauf. Jo, jetzt haben wir ein Alarm. Klasse. Aber dann hört gar keiner mehr. Weil wir ja alle schon abgemessert sind. Na gut. Okay, egal. Dann brauchen wir den auch nicht weiter. Komm mal hier. Was ist hier? Oh, hier kommen wir auch wieder hier rein. Aber wie gesagt, hier will ich noch nicht rein. Den wollte ich mal grad loswerden. Der hat mich nämlich gestört. Da, der ist gefährlich. Ist er das? Ne, der hat ein, der hat ein Maschinengewehr. Ne, ist das der mit dem Scharfschützengewehr? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist der saugefährlich. Weil man darf sich nicht zu weit weg bewegen. Wenn der einen sieht, dann schießt der einen direkt in den Kopf. Und dann ist Ende im Gelände, ne. Deswegen gehe ich da jetzt mal noch nicht raus. Lassen wir den da oben mal ein bisschen rumlaufen. Ist mir egal. So. Ich nehme jetzt auch nur kurz auf. Weil ich wissen möchte, ob ich jetzt auch jetzt auf HD wieder springen kann. Ohne Probleme zu kriegen. Oh, der steht da nur rum. Können wir den wieder messern. Ja. Ja. Mal eingetippt an den Kopf. So, war das Ende gewesen dann. So, Ambrosia wurde geliefert. Wir haben das erste Pass bereits im Helikopterfall. In die übrigen Fässer werden mit dem Boot und mit Flugzeug transportiert. Wir haben also die wenigste Chance auf eine kleine Probe zur Analyse. Also wenigste Chance. Okay. Wenn es mir möglich ist, triff uns an einem der Treffpunkte. Sollte das schief gehen, weißt du, wo du uns findest. Du hast viel für unsere Sache getan. Du kannst stolz auf dich sein. Bringen wir es zu Ende. Jo, kein Thema. Hier ist das Ding doch. Oh, endlich. Jo, dann bitte. Erzähl mal. Äh, jo. Alt Haar. Okay. Na? So. Aus. Offen. Äh, nee. Entwiegelt. Offen. Stimmt, da ist noch ein Geheimgang hinter dem Schrank. Da haben wir dran gedacht. Aus. Aus. Können wir nicht ändern. Egal. Fahrstuhlzugang. Ist egal. Wer keine Kamera mehr da ist, dann holen wir ihn an. So. Schlüssel haben wir. Oh, hier kommen wir direkt zum Helikopter. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen da oben. Ich glaube, ich gehe durch die Vordertür. Das ist mir eh lieber. Äh. Frontangriff. So. Gut. Jetzt hier alles aus ist. Können wir hier auch alles mal nicht suchen. In Ruhe. Bombs. Bombs. Und. Bombs. 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 Okay. Jo. Hm. Munition, die wir nicht gebrauchen können. Zurzeit zumindest nicht. Guck mal, da steht auch einer. Ganz versteckt da hinten. Den holen wir jetzt nochmal mit dem Scharfschützen. Können wir was anderes machen. Hä? Hä? Wo waren die jetzt? Nur gerade gesehen. Hä? Nochmal raus. Aha. Direkt da hinter der Tür. Äh, hinter der Ecke. Richtig gemein. Hier redet auch keiner Runde. Nö. Schön. Da haben wir noch. Seht ihr ihn? Noch seht ihr ihn? Und. Jetzt war er weg. Komisch. Lustige Sachen passieren hier. Gut. Dann wollen wir nochmal weiter gucken. Da ist noch einer. Okay. Rup, rup, rup. Ups. Da ist noch einer. Wow. Schieß. Okay. Noch einer? Hm. Nö, ich glaub nicht. Jo, ich erledige das hier relativ simpel. Ähm. Aber wie gesagt, das sind doch NSF-Gegner. Die sind doch wirklich gefährlich. Die sind sowieso nicht wirklich viel wert hier. Da gibt es doch wesentlich gefährlichere Gegner. Und vor allem ist das Gelände hier auch sehr offen. Guckt ihr die an. Da stehen sie rum. So, wie viel Munition hat ich geladen? Okay. Warum bin ich denn so ungenau? Hm. Die haben das gar nicht gecheckt, die Jungs. Aber einfach weggeknallt. Hä? Egal. Gut. Was haben wir hier? Nix. Hier auch nix. Müsste auch alles weg sein jetzt. An Leuten. Ich mach gleich nochmal. Geh ich nochmal durch. So, was haben wir hier? Nix. Da ist die Kamera, die wir ausgeschalten haben. Das Geschütz kann uns nix mehr. Wunderbar. Also hier unten dürfte keine Sau mehr rumlaufen. Gucken wir nochmal alles ab. Vielleicht ist hier ja was versteckt. Nö. 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 Oh Mann. Nö. 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 Mann. Hatten wir schon. Okay. Nö. Hier muss doch was versteckt sein. Sonst würden die doch hier nicht so ein ganzes Geballer hier machen. So, ich glaub das ist der. Ich glaube das ist der.